Super E-M Studio 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 Hoppa! Herzlichen Glückwunsch Spanien für Europa Meisterschaft! Man kann nur sagen, Gratulation, Matulation, ihr habt super gespielt, richtig Playstation Fußball, Bravo! Und Deutschland Mann, 2. Platz, 2. Beste Mannschaft von ganz Europa, Mann, auch herzlichen Glückwunsch an Deutschland, ja! Super, ja! Guck mal, KGPA, konkret gute Preise, Ahmed, musst du Lager umziehen, ja, weil wie kann ich sagen, wegen Polizei, ja, aber ich darf nicht mehr sagen, darum wir sind jetzt hier. Aber Wettbüro und Studio geht weiter, ja! Aber kommen wir zum Spiel gestern, unglaublich, ja! Deutschland hat gespielt wie kaputter VW-Motor, habe ich doch gesagt! Und wie hat Spanien gespielt? Spanien hat gespielt wie VW-Motor von Seat, Seat VW-Motor und eigentlich spanischer Motor ist so gelaufen wie früher VW-Motor von Deutschland. Europa, war? Europa heute 2008, unglaublich, umgekehrt alles. Was soll man sagen? Spanien hat richtig gut gespielt, das Spiel gestern war so Kampf-Mampf, Blutmut, Einsatz-Meinsatz, weißt du, war richtig krass und Spanien hat gespielt so wie diese Filme, diese James Rian, so unglaublich, unglaublich, die haben geschossen von überall, ja, unglaublich! Und darum, die haben auch gewonnen und Deutschland, man muss nicht viel sagen, die haben alles gegeben, aber man muss auch Tore schießen, ganz einfach. Okay, aber kommen wir zu Kategorie. Beste Spieler gestern, guck mal, kann Torres sein, kann Xavi sein, Iniesta, Senna, Mann, und, aber wir haben gesagt, ganze spanische Mannschaft, ja, ganz Spanien war der beste Spieler gestern, bravo! Dann beste Hareket, haben wir gesagt, Mann, Torres, Fernando Torres, hat er super bei Lam, ist er vorbei, tschak, und dann hat er bei Lehmann hat er zack, tschak, tschak, hat er gemacht, tschak, tschak, bravo, super! Dann beste Autokonvoi war Spanien, aber waren nicht viele Leute da und Deutschland und Türken war dabei, unglaublich, Deutschland, Türkei und Spanien, bester Autokonvoi gestern, ja? Beste Spiel? Spanien, Deutschland. Spanien, Deutschland. Kommen wir zur gesamten Katarurgie-Gewinnerexp... Kommen wir, kommen wir zur gesamten Katarurgie-Gewinnerexp... So, jetzt kommen wir endlich zur besten von allen Katarurgie-Gewinnerexp... Beste Spieler von allen war, haben wir gesagt, Altentorp und die ganze spanische Mannschaft, ja? Und Preis ist, jeder kriegt einen döner Gutschein, aber Abholung bitte bei Tiger Super-HM-Studio. Und beste Hareket vom gesamten Turnier war, Beste Hareket! Fatih Terim, Fatih Terim hat beste Hareket gemacht! Super! Fatih Terim, dein Preis, wenn du kommst, kriegst du einmal, darfst du umsonst tippen bei Tiger-Wettbüro, darfst du umsonst tippen, bravo, ja? Und beste Autokonvoi, ja? Beste Autokonvoi, wir haben geschafft, Deutschland und Türkei zusammen, unglaublich, beste Autokonvoi, darum, Deutschland und Türkei kann kommen, die kriegen Solarium-Gutschein für einmal 45 Minuten, superintensiv, plus Solarium- wenn du verstehst, was ich meine. Und jetzt, letzte Kategorie, super, mega, ultra, super Spannungsspiel, bestes Spiel über alles war, bestes Spiel über Gesamt war, guck mal, bestes Spiel war Türkei, Tschechien, ja? Mann, das war Kampf, Mann, Rocky, das war Rambo, das war Predator Medator, das war richtig Action, das war unglaublich 300, das war Star Wars, das war unglaublich, ja? Bravo, bestes Spiel Türkei, Tschechien, ja? Und preis ist eine Beratung von Tiger für dich, damit du gut aussiehst. So wie ich. Ob SMS, in one moment. Hallo Tiger, wie geht's? Jetzt kann man auch mal wieder antworten, wa? Petra. Ach, EM war vorbei, ist vorbei, ja? War schön, ja? Hareket, bester Autokonboy, bestes Spiel, jeden Tag Fußball, Freunde treffen, Studio machen, Hareket, ah, was für Leben, ja? Aber es ist vorbei, irgendwann ist alles vorbei, weißt du? Aber egal, ja? Jetzt habe ich wieder Zeit für Mädchen. Hey! Super! Darum, Jungs, egal, weitermachen, Leben geht weiter. Nächstes Super EM Studio kommt bestimmt, ja? Okay, Super EM Studio ist aus, aber Leben geht weiter, weißt du? Hare, tschüss!